Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von CUT. Heute ist Sonntag, der 28. April 2019. Neben mir sitzt wie immer der bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Wow, endlich war es soweit. Ja. Na, wir haben ja nur elf Jahre gewartet. Elf Jahre? Mein Gott, die Zeit verfliegt. Unglaublich. Wir sind keinen Tag jünger, älter geworden. Wir sind keinen Tag jünger geworden. Nein, hoffentlich ein bisschen klüger. Nein, Quatsch beiseite. Ihr wisst, was euch bevorsteht. Wir sprechen heute über Avengers Endgame. Okay. Der lang erwartete, ja, ich sag mal, erzählerische Abschluss im Marvel Cinematic Universe. Das heißt jetzt nicht, dass es der letzte Film von den Marvel Studios sein wird. Nein, weil im Sommer kommt ja schon Spider-Man. Genau, aber es wird, es wird auf alle Fälle ein, es ist ein erzählerischer Abschluss, einer, einer, wie sagt man denn, einer, ja, über elf Jahre hinweg gesponnenen Geschichte. Genau. Und um euch, oder anders gesagt, ihr könnt euch, glaube ich, gar nicht vorstellen, was wir mit diesem Universum verbinden, ja, oder wie unsere Vorfreude ausgesehen hat. Und ich glaube, dazu müssen wir euch ein bisschen drüber erzählen, wann, also warum wir so verbunden sind mit diesen Filmen. Und es geht halt los, dass wir zum einen, und wir haben uns gestern schon mal kurz drüber unterhalten, beginnend ja mit 2008 mit Iron Man, das war der erste Film aus dem MCU, tatsächlich alle bisher 21 und 22 Filme im Kino gesehen haben. Wirklich jeden, ja. Und zwar wirklich jeden. Darüber hinaus haben wir, war unser erster gemeinsamer Kinofilm 2013, Iron Man 3, also selbst da. Das ist der erste Date-Film. Das ist der erste Kino-Date, selbst da spielt das Marvel Cinematic Universe eine Rolle. Und natürlich lieben wir diese Figuren. Und das ist halt etwas, dass man, glaube ich, also entweder man kann das nachvollziehen oder man kann es halt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, also wenn ich so die Reaktion, und gestern haben wir ja auch wieder eine Reaktion gehört zu Endgame, wenn ich die so einordne, dann gibt es immer die Leute, die einfach nur nach kurzweiliger Unterhaltung aus sind, die vielleicht auch schon etliche, wenn nicht sogar alle diese Filme gesehen haben. Und dann gibt es halt Leute wie uns, denke ich, und ich vermute mal, dass das wohl die Mehrheit sein wird. Würde ich auch sagen. Ja, die tatsächlich etwas mit diesen Figuren verbindet. Und das heißt, dass es einen halt kümmert, was mit diesen Figuren passiert und die einem halt ans Herz gewachsen sind. Absolut. Und ich muss dazu sagen, wir beide sind ja jetzt nicht die Marvel-Kenner, was jetzt den Comic-Bereich anbetrifft. Da gibt es andere. Hallo Mario. Mario. Die sich da besser auskennen. Aber nichtsdestotrotz würden wir uns zumindest als MCU-Fans bezeichnen. Als ganz, ganz große MCU-Fans. Natürlich kennen wir die Comic-Figuren. Ich habe vielleicht noch ein paar mehr gelesen als du in meiner Jugend. Gar keine Marvel-Comics gelesen. Aber also meine Liebe zu den Comics ist bei weitem nicht so ausgeprägt, als dass sie jetzt, als dass mir jetzt die Vorkenntnisse, also dass ich jetzt irgendwie einen Vergleich hätte. Also ich muss auch immer noch googeln oder eben andere Leute fragen, wenn mir irgendwas unklar ist oder irgendeine Anspielung ich nicht verstehe. Also wir sind jetzt nicht so die Die-Hard-Comic-Fans, die aus diesen Gründen ins Kino gehen, sondern wir sind tatsächlich Fans dieser Filmreihe. Und ja, dieses lange Vorgeplänkel eigentlich nur deswegen, damit ihr halt auch die folgende, diese Episode oder auch das, was hier so folgt, einfach so ein bisschen einordnen könnt, warum wir die Dinge halt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Vielleicht warum es auch so ganz emotional dann auch wird. Ja. Weil es, ja, weil wir einfach, weil es uns am Herzen liegt. Diese Filmreihe liegt uns tatsächlich am Herzen. Sie hat ihre Höhen und Tiefen gehabt, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt Highlights und weniger gute Filme in diesem. Es waren immer, wir wurden immer gut unterhalten. Es war kein einziger Film in dieser, in diesen Jahren dabei, wo gesagt haben, Mann, was war jetzt das für ein Schrott? Moment. Ja, doch, mit Ausnahme von Hulk. Hulk, also bitte, ja. Das ist wirklich. Also das war der zweite Film im Marvel Cinematic Universe. Ich glaube, da wussten sie noch nicht so sehr, wohin. Da war auch der, wie hieß er? James Norton, nicht Jeremy Norton? Nein, nein. Edward Norton. Edward Norton. Edward Norton hat den Hulk gespielt. Und, ja, wir beide mögen den nicht so sehr. Nein, gar nicht. Aber es gibt viel, viel mehr Schrott da draußen. Also das schlechter ist als das, ja. Das muss man schon sagen, ja. Aber trotzdem. Das ist halt irgendwie ein Schandfleck, wenn man das alles so im Ganzen halt sieht. Ja. Finde ich halt. Ja. Also er sticht halt raus insofern, als dass er meiner Meinung nach der Schwächste ist. Und ich habe mir vorhin noch mal so ein Ranking angeguckt auf Rotten Tomatoes. Der rangiert auch tatsächlich ganz unten. Dicht gefolgt übrigens von Dark Kingdom, von dem zweiten Tor. Aber, ja, ich finde den auch nicht so schlecht wie die meisten. Aber gut. Wie dem auch sei, wir diskutieren ja jetzt nicht mehr über die 21 vorhandenen Filme. Ihr dürft, seid natürlich auch herzlich eingeladen, all die Cut-Folgen nachzuhören, die sich mit Filmen aus dem Marvel-Universum beschäftigen. Das sind mittlerweile auch schon ein paar. Ich habe jetzt leider nicht nachgezählt im Vorfeld. Aber der letzte war ja zum Beispiel Captain Marvel, den wir geguckt und auch besprochen haben. Und da gibt es noch ein paar mehr. Auch Infinity War. Quasi den ersten Teil dieser Dialogie haben wir besprochen. Könnt ihr euch anheben. Lange Rede, kurzer Sinn. Magst du uns ein paar Fakten zu Endgame erzählen? Ja. Und zwar hat, ja wie jeder Marvel-Film eigentlich, der Film der FSK 12. Und jetzt kommt es, er hat halt wirklich die Laufzeit gesprengt mit drei Stunden und eine Minute. Und ich fand das, muss ich kurz noch erzählen, weil ich glaube, das ging vielen Leuten so ab dem Moment, wo jeder gehört hat, wie lange dieser Film geht. Da war die einzige Sorge, oh mein Gott, gibt es eine Pause? Und wenn nicht, halte ich das überhaupt durch? Darf ich überhaupt was trinken während des Films? Und das hat man halt, egal wo man stand im Kino, also im Kino halt auch an der Theke, wenn man sich Erfrischung geholt hat oder so. Das war halt wirklich, und auch im Vorfeld, das war halt immer eine Diskussionsrunde. Und ich fand das halt lustig, dass man nicht die Einzige war, wo man Angst hatte. Und wir haben ja wirklich, das ist noch kurz dazu, ich glaube, zwei Stunden haben wir nichts getrunken. Und die letzte Stunde haben wir mal unsere gemeinsame Wasserflasche angebrochen. Also während des Films? Ja, so nipp-nipps und das nicht ganz so austrocknet. Wir haben uns nicht getraut. Wir haben uns absolut nicht getraut. Und es war ja gut, dass es keine Pause ist. Also liebe Kinoverleiher, macht weiter so keine Pausen. Das war ja mal so eine Unsitte. Ja, sagen wir mal, je älter das wir werden, umso besser können wir die Pausen verstehen. Ja, aber jetzt halt. Aber trotzdem, es macht halt einfach den Film kaputt. Ja, es reißt sich raus. Ja, ich meine, es ist was anderes, wenn du halt zu Hause kurz mal auf Stop drückst und du springst kurz aufs stille Örtchen. Aber im Kino ist es halt so, dann stehen halt alle auf und jeder will nochmal Popcorn. Und du bist ja dann froh, wenn irgendwie nach zwei Stunden jeder seinen Eimer endlich leer hat. Naja, egal. Also drei Stunden, eine Minute. Er hat eine sehr hohe User-Bewertung auf IMDb und zwar 9,1 und einen Metascore von 77. Rotten Tomato hast du vielleicht auch. Ja, ich gucke gerade nochmal nach, aber ich glaube, das waren 97 Prozent. Rotten Tomatoes wird mit 96 Prozent geführt. Und einem User-Score oder einen Audience-Score heißt es da von 92 Prozent. Ja, das deckt sich ja ziemlich. Ich muss dazu sagen, vielleicht ein Wort zu dem Thema Metascore. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal darüber ausgelassen haben. Ich stelle fest, dass Metacritic, die ja lange Zeit so die Anlaufstelle für solche kumulativen, ja, die haben halt, die sammeln halt Meinungen, ja. Und zwar professionelle Meinungen auf der einen Seite und User-Meinungen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Metacritic zunehmend das Opfer von Trollen wird. Meinst du? Ja, und dass die halt dieses Ranking einfach verwässern. Und ich muss halt, gut, das ist natürlich jetzt ein persönliches Empfinden, aber wenn ich auf RottenTomatoes.com gucke, dann spiegelt der User-Score meiner Meinung nach einfach ein realistischeres Bild wieder. Okay. Vor allem, wenn man auch so den IMDB-Score mit dem Metascore vergleicht. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, genau, das geht ja nicht zusammen. Ja, überhaupt nicht. Und irgendwie weiß ich nicht, ob die was an einem Algorithmus geändert haben oder ob da eben die Tolle im Spiel sind. Jedenfalls ist für mich Metacritic nicht mehr die erste Anlaufstelle, sondern RottenTomatoes. Und wie gesagt, 96 Prozent bei 379 professionellen Reviews aus Blogs und Zeitschriften, Online-Portalen und so weiter. Und 92 Prozent Audience-Score bei fast 16.000 User-Ratings. Und da spricht schon eine deutliche Sprache und entspricht einfach auch mehr meiner gefühlten Wahrnehmung, was die Reaktion auf diesen Film betrifft. Ja, absolut. Ja, aber ich meine, das ist auch so. Also gerade der Metascore, also ich glaube, wir haben viele Filme in der Vergangenheit nicht angeschaut, weil der Metascore so erschreckt tief dann auch war. Wo wir gesagt haben, mein Gott, also wir haben uns halt immer, naja, okay, dann sagen wir Bye-Bye zum Metascore in dieser Folge. Nee, wie gesagt, wir wähnen es halt, wir wähnen immer beide Plattformen. Ihr könnt euch natürlich, ihr sollt und könnt euch natürlich immer ein eigenes Bild. Ja, natürlich immer ein eigenes Bild, genau. Aber es ist für uns schon immer ein Anlauf. Es ist halt eigentlich ein Metzlatter gewesen. Es ist ein Anlaufpunkt für uns immer. So, dann kommen wir weiter. Regie für die Russo-Brüder, Anthony und Joe Russo, die im Vorfeld auch schon Captain America 2, The Return of the First Avenger oder wie er auch heißt Winter Soldier, Captain America 3, Civil War, The Avengers Infinity War. Genau, die zwei Brüder haben schon etliche Filme aus dem MCU gemacht und sie kommen aus dem Serienfach. Okay. Genau. Civil. Hast du nochmal was zu Metascore zu sagen? Nee, ja gleich, aber Civil War wird ja von vielen auch als einer der besten Avengers-Filme gesehen. Wir teilen diese Meinung nicht ganz, muss ich zu gestehen. Aber weißt du übrigens, was der am höchsten gehandelte, also vom Frottentomatoes höchste gerankte Marvel-Film ist? Nein. Rat mal. Thor? Nee. Drei? Nee. Der höchste. Nee, ist nicht. Der zweite ist auf dem zweiten Platz. Wer hat denn hier so den großen Bass verursacht vor kurzer Zeit? Den großen, aber Captain Marvel. Nee. Was dann? Ja, Black Panther. Achso, Black Panther. Ja, natürlich. Der hat den höchsten? Ja. Okay. Der ist sogar noch höher als Endgame. Ja. Ja, 97%. Krass. Okay. Ja, übrigens Metascore basiert auf 55 Kritiken. 55? Nicht 300x. Ja, das ist dann schon. Komisch. Naja, wie dem auch sei. Na gut. Entschuldige, dass ich dich schon wieder unterbrochen habe. Schon wieder. Na, jetzt bin ich halt voll aus dem Flow draußen. Ja, du hast über die Russo-Brüder erzählt. Genau. Und über ihre Verbandelung mit dem Marvel. Die mit dem MCU. Genau. Genau, so das Drehbuch hat geschrieben der Christopher Marcus und Steve McTealy. Die sind auch so zweiergespannen. Die haben etliche Filme zusammengeschrieben, wie auch Avengers Infinity War, Captain America 3, Pain and Gain. Dann auch Chroniken von Narnia haben sie zwei, drei Filme des Drehbuches geschrieben. You Kill Me und Agent Carter haben sie auch mitgeschrieben. In der Serie. Genau. Dann Musik machte Alan Silvestri. Das ist auch so ein alteingesessener Hollywood-Komponist. Bekannt aus Forrest Gump, Predator, der Polarexpress. Also er macht ja wirklich alles mit Ant-Man, Thor, Captain America. Also er macht sehr viele verschiedene Genres auch. Mhm. Genau. Dann, das hatte ich total vergessen. Und zwar, der Kamera hat ja auch der Trent Oppaloch gemacht. Und das fand ich beim letzten, beim Recherchieren schon irgendwie richtig cool. Weil der ja auch mit dem, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der, wo Chappie und Elysium gemacht hat und District 9. Ja, Neil Blomkamp. Ja, Neil Blomkamp. Wie komme ich jetzt auf Gastfansend? Egal. Ja. Ja, den mögen wir auch sehr. Genau. Und das ist auch der Kameramann von den ganzen Filmen. Und er hat auch mit den Avengers jetzt halt etliche Filme gemacht. Genau. Also Winter Soldier hat er auch gedreht. Also er war Kameramann. Civil War. Genau, Civil War. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei der Besetzung. Und ja, da ganz vorne. Natürlich das Aushängeschild. Das Aushängeschild. Iron Man, Tony Stark ist der Robert Downey Jr. Und kennt man aus Iron Man 1 und 3, die Avengers. 1 bis 3. 1 bis 3. 1 und 3. Das 2 nicht. Nein. Wer hat da mitgespielt? Das war eigentlich nur Mickey Rook. Der hat alle Rollen gespielt. Ist der eigentlich, ne, der hat nicht in jedem Marvel-Film einen Auftritt. Aber in vielen. Auch in vielen, wo er nicht die Hauptrolle spielt. Genau, also er quetscht sich immer irgendwie rein. Genau, auch bei Spider-Man. Was ja eigentlich süß ist, weil er ja so sein Mentor ist. Vaterrolle. Vaterrolle, genau. Und er ist auch ein ausgezeichneter Sherlock Holmes. Gibt's auch schon zwei Filme von Garucci. Soll ja jetzt dann auch irgendwann mal der dritte Teil kommen, hoffentlich. Stichtag hat er auch noch mitgemacht. Zodiac. Also das sind jetzt mal so die neueren. Aber Robert Downey Jr. ist ja jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange im Geschäft. Und den gibt's ja auch. Also der hat natürlich etliche Filme gedreht. Dann Steve Rogers, Captain America ist der Chris Evans. Captain America, alle Filme natürlich. Snowpiercer, The Avengers, alle Filme. Und Fantastic Four. Ja. Vergisst man auch immer wieder. Nein, nein, den hab ich, aber das kam jetzt zum Schluss, weil bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt hat er ja auch mitgespielt. Da war er auch so ein superheld, so ein böser Superheld irgendwie oder so ein böser Endgegner. In Sunshine hat er mitgespielt. Ja. Genau, und jetzt kommt Fantastic Four. Da war nämlich die menschliche Fackel. Mhm. Genau. Dann Hulk, Bruce Banner, Mark Ruffalo, Spotlight, Foxcatcher, Avengers, Kennesong, Save Your Life, Shuttle Island. Auch der hat natürlich eine ordentliche Vita. Dann Thor. Thor. Ja. Manche haben ja nur einen Namen. Wieso haben die nur einen Namen? Vielleicht heißt er mit bürgerlichen Namen irgendwie Kurt Müller oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist noch nicht rausgekommen. Nein. Also Kurt Müller da draußen, das nimmst du uns nicht übel. Kann ja sein, dass das einen gibt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Chris Hemsworth ist bekannt aus allen Thor-Filmen, die Avengers-Filme. Dann hat er bei diesem komischen Snow White and the Huntsman-Franchise mitgemacht. Ja, kurz war. Jetzt haben wir diesen L. L. Trouble in L. Royale geguckt. Den habe ich absichtlich nicht aufgeschrieben, weil der so schlecht ist. Ja. Genau. Ghostbusters, da spielt er so ein bisschen eine eigene, so eine Persiflage. Von sich selbst. Von sich selbst, genau. Genau, weil gut aussehend, aber strohdumm, also blond, also blonder als blond, also genau. Dann im Herzen der See, das ist ja eine angelehnt an Moby Dick-Geschichte-Verfilmung. Dann, mir wird gesagt, ich soll mich ein bisschen beeilen hier. Ja. Da kommen wir ja nie durch. Ja, ich weiß schon. Jetzt kommt noch da Natascha Rovanoff, Black Widow, Scarlett Johansson, bekannt aus Avengers, allen mehr. Ganz aus Funk und Fernsehen. Genau. Coast in the Shell, Lucy, also sie spielt gerne Filme, wo sie alle verdreschen kann. Dann Hawkeye, Clint Barton, Jeremy Renner, The Town, Avengers, Wind River. Wind River. Ich sage es immer falsch, Wind River, ein super Film, wer noch nicht gesehen hat, schaut ihn an. Catch Me, Arrival, auch ein super Film, wer noch nicht gesehen hat, schaut ihn an. So, dann War Machine, James Rhodes, Don Cheadle, bekannt aus L.A. Crash, Hotel Rwanda, Traitor, die ganzen Avengers-Filme und so weiter und so fort. Dann noch der Ant-Man, Scott Lang, Paul Rudd, Ant-Man, Trauerzeuge sucht, nachts im Museum. Prinz Avalanche. Prinz Avalanche, ja. Avalanche. Und natürlich, last but not least, Carol Danvers, Captain Marvel, Pree, Larson, Raum, Kong, School, School, Island. School, Island, ja. Captain Marvel und neu auf Netflix läuft Unicorn Store. Den wir noch nicht geguckt haben. Den wir noch nicht gesehen haben. Da spielt ja auch der Samuel L. Jackson mit. Ich glaube, die mögen sich, die beiden. Ja, auf jeden Fall. Sag mal so in den Interviews zu Captain Marvel, dass die zwei echt eine gute Chemie haben, auch privat. Ja, die ist ja, wie soll ich sagen, ist der jüngste Avenger. Also jetzt nicht im erzählerischen Sinn, aber vom filmischen her. Also es war ja der jüngste Film. Der dann tatsächlich so das Bindeglied war zum, der Schulterschluss quasi zum Avengers Endgame. Genau. So, magst du mal den Pressetext vorlesen? Ja, der gibt gar nichts her, oder wie? Der Pressetext, der geht ziemlich schnell. Ja, den kann man sich fast sparen. Okay. Was 2008 mit Iron Man begann, wird 2019 mit einem bombastischen Knall enden. Nach zahlreichen unvergleichlichen Superhelden-Abenteuern und dem dramatischsten Finale der jüngsten Filmgeschichte in Avengers Infinity War laufen alle Fäden des Marvel Cinematic Universe zum ultimativen, alles verändernden Showdown zusammen. Ja. Tja. Toller, toller Pressetext. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, da würde man sich als Verleih keinen Gefallen tun, wenn man da irgendwie irgendwas preisgeben würde. Und auch wir werden natürlich jetzt hier erstmal komplett spoilerfrei bleiben bis zu unserem Spoiler-Alarm, weil jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, auf alle Fälle vollkommen unbedarft da reingehen sollte, finde ich. Absolut. Diesbezüglich wollte ich eigentlich noch erwähnen, wie bemerkenswert, auch jetzt rückwirkend betrachtet, ich eben dieses komplette Marketing von Marvel in der Hinsicht fand, weil sie zum einen halt geschafft haben, dass das wirklich gar nichts nach außen gedungen ist. Ja. Und dass auch die Trailer halt überhaupt nichts preisgegeben haben. Ja. Und das ist der Kevin Feige oder Feige oder Feige oder weiß ich, wie man den ausspricht, der Produzent und Mastermind hinter diesem MCU hat ja auch gesagt, dass der Trailer tatsächlich nur Szenen aus den ersten 20 Minuten enthält. Das stimmt zwar nicht ganz, aber die, die dann aus dem späteren Filmverlauf stammen, die sind so nichtssagend und so kurz, dass du echt keine, keinerlei Rückschlüsse ziehen kannst auf das, was passiert. Also Hut ab. Haben sie echt gefallen. Ich glaube, damit hätten sie sich auch überhaupt keinen Gefallen getan. Also das sind die, das ist einer der wenigen Trailer, die man gucken kann und sich wirklich überhaupt nichts vorweg nimmt. Ja. Weil sonst geht es einem halt häufig so, dass man im Kino sitzt und sagt, ja, die Szene war noch nicht und die Szene war noch nicht und wo ist jetzt die? Ja, genau. Ja, wollen wir denn mal kurz über unsere Erwartungshaltung sprechen? Ja, also die war natürlich immens hoch und ja, man hat sich halt auch tierisch einfach auf den Film gefreut, weil das halt, man hat halt nicht ganz ein Jahr, aber ja, es ist halt einfach ein langer Zeitraum, weil der Film hört halt auf. Und dann geht die Geschichte halt weiter und du musst jetzt halt erstmal… Ziemlich genau ein Jahr. Ziemlich genau ein Jahr, okay. Also Infinity War… Ja, du musst halt erstmal da ewig drauf warten. Ja. Infinity War war April 2018. Okay. Moin Gott. Mit zwei Filmen dazwischen, Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel. Ja. Wir haben uns ja im Vorfeld sogar noch die beiden… Avengers-Filme, also alle drei Avengers-Filme haben wir uns da angeschaut. Genau. So und damit haben wir die Stimmung natürlich nochmal so richtig angeheizt. Ja. Das hat gut gepasst. Ja, und ja, wie sich herausstellte, war das gar nicht so… So unddoof. War das gar nicht so unddoof, ja. Ja, letztendlich war es tatsächlich so, dass ich und wir beide wirklich aufgeregt waren. Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht mal bei Herr der Ringe oder so, aber das war wirklich, also du bist ja auch schon nach Hause gekommen und so, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt und dann sind wir so auf dem Weg zum Kino und da ist man dann richtig schlecht geworden, also vor Aufregung einfach, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was kommt jetzt da, was kommt jetzt da und weil du halt einfach nicht gewusst hast, was dich jetzt halt erwartet, weil halt auch so wenig durchgesickert ist, wie du auch schon erwähnt hast bei den Trailern, man konnte sich, ja klar, man konnte ungefähr ahnen, in welche Richtung es geht, aber letztendlich war das halt ein Riesenfragezeichen und einfach dieses Wiedersehen und ja, und dann Endgame, dann denkst du, oh mein Gott, und was kommt jetzt da und ja, man war schon auch sehr aufgeregt und emotional aufgeladen. Ja, sehr, sehr, also ungewöhnlich und eben schon lange nicht mehr so in dem Ausmaß erlebt, muss ich auch sagen, also ich war richtig, richtig hibbelig, als es losging, ja. Ja, und drei Stunden später kamen wir dann aus dem Kino und ich würde sagen, wir waren erstmal fertig mit den Nerven, oder? Ja, platt. Wir waren erstmal platt. Es ist so, ich meine, drei Stunden, die sind wie im Flug vergangen. Das stimmt, aber das schaffen sie immer. Ja, und es war tatsächlich eine emotionale Achterbahnfahrt für uns. Ja, das stimmt. Das schaffen auch nicht alle Filme, die uns einfach von Höhen und Tiefen durchlaufen haben lassen, emotional. Ja, ich versuche es gerade irgendwie zu überlegen. Das geht aber nicht. Also ich frage mich auch die ganze Zeit, was ich jetzt noch sagen soll, ohne dass ich irgendwie spoiler, aber das geht halt einfach nicht. Sagen wir mal so, jeder, also ich hatte zumindest halt so meine Theorien im Kopf. Wenn jeder, der der Infinity War gesehen hat und das Ende gesehen hat, der hat sich vermutlich, nachdem bekannt wurde oder klar war, dass es halt eine Fortsetzung geben muss oder gibt, hat sich vermutlich schon im Kopf zurechtgelegt, naja, wie wollen sie denn das jetzt wieder irgendwie deichseln? Und ich hatte halt so meine Theorien, die du jetzt aber nicht sagst, die ich nicht sage. Sie haben sich halt zum Teil bewahrheitet. Allerdings muss ich sagen, dass unterm Strich ist es so, dass eigentlich der Film ganz anders war, wie ich dachte, aber meine Erwartungen übertroffen hat. Okay. Also das ist, glaube ich, so das, was ich darüber sagen kann. Also ich bin da reingegangen, ich hatte einfach viel öfter überrascht als bestätigt. Also von dem, was ich dachte, was passiert oder was kommen wird und am Ende einfach nur geplättet, ja, weil er so viel einfach richtig gemacht hat. Ja, ging mir auch so. Aber ich habe mir auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe ja auch die Comics nicht gelesen und deswegen, also ich habe, ja, ich habe mich einfach überraschen lassen. Also wenn man den Trailer sieht, dann kann man es ja vielleicht auch schon ein bisschen, wie du schon sagst, ahnen, in welche Richtung es geht, aber ja. Ja, was ich auch festgestellt habe oder meine Theorie ist halt auch, also der Film ist jetzt nicht ohne Makel, das muss man auch sagen. Also es gibt, er hat. Es gibt einen, den werde ich später erwähnen. Einen ganz großen. Ja, den, ich glaube, wir haben da andere Vorstellungen darüber, was der Makel ist. Ja. Nee, ich finde, er hat Schwächen, allerdings muss ich feststellen, dass mich der Film an sich einfach so gefangen genommen hat, also emotional so mitgenommen hat, dass du in den Momenten einfach viel zu sehr mit dir beschäftigt bist, mit deinen Emotionen beschäftigt bist, als dass du da ständig mit dem Finger auf Fehler hin zeigst und da, glaube ich, ist so der Unterschied. Das ist aber wie mit allen Filmen, also das ist Grund, das stellen wir immer wieder fest, wenn dich der Film emotional nicht packt, dann siehst du die Fehler. Ja. Ist so. Ja, das stimmt. Auch Endgame ist nicht fehlerlos und wenn einem diese emotionale Bindung fehlt zu diesem Universum, zu diesen Figuren, dann kann ich durchaus verstehen, wenn Leute da kritischer rangehen und sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht und den würde ich, den Kritikpunkten kann man zustimmen, aber man kann sie halt hinnehmen und sagen, das hat mich nicht gestört, weil ich mich, der hat mich ansonsten einfach komplett mitgenommen. Das stimmt, ja. Ja, was kann man noch Schönes sagen, ohne zu spoilern, ja, die, ich finde, dass Endgame den Figuren im Vergleich zu Infinity War noch mehr Raum gibt und das fand ich sehr, sehr, sehr positiv. Was wahrscheinlich auch die Länge erklärt hat. Ja, also er nimmt sich noch ein bisschen mehr Zeit für die Figuren und dadurch ist verhältnismäßig gefühlt, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, auch der Action-Anteil, also an irgendwelche fulminanten Action-Sequenzen, verhältnismäßig gering. Also würde ich jetzt sagen gefühlt, oder? Im Vergleich zu Infinity War. War ja auch einer der Kritikpunkte, wo ich im Vorfeld gelesen habe. Also die Kritik kann ich nicht nachlesen. Nein, ich habe sogar nicht mal im Vorfeld irgendeine Kritik gelesen, weil es war ja auch so, dass der Film mittwochs schon gestartet ist und viele haben natürlich ihn mittwochs schon gesehen und natürlich auch die Presse und wir haben ihn einen Tag später gesehen und ich habe, das war jetzt glaube ich seit langem mal wieder, wo ich gesagt habe, nein, ich will wirklich im Vorfeld nichts lesen. Also wenn einer schon sagt, das ist so und so, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und ja, im Nachhinein habe ich das dann gelesen und es ist, für viele oder für die war es zu wenig Gekämpfe, aber mein Gott, ja, who cares? Ja, ich fand es auch nicht, ganz im Gegenteil, das hat mich einfach, es ist halt so… Das ist ja auch kein 90er Jahre Actionfilm. Man muss ja auch sagen, es soll ja auch der Abschluss eines Kapitels sein oder vielleicht sogar eines Buches, wenn man so will. Weil die Kapitel, wir hatten jetzt 21 Kapitel und jetzt sind wir am Ende und natürlich, was wünscht man sich denn da als Leser eines Buches oder wenn man so eine Buchreihe liest oder als Zuschauer halt, man wünscht sich einen würdigen Abschluss. Und das ist das, was Endgame für uns gemacht hat. Ja, es ist halt unglaublich schwierig, seine Eindrücke des Films irgendwie zu schildern, ohne jetzt irgendwie in Spoiler-Territorium zu kommen. Ja. Ich glaube, jeder, der den Film sehen will, wird da ohnehin reinrennen und ich denke, dass wir auch zur Genüge zum Ausdruck gebracht haben, was wir mit diesem Film verbinden und wie sehr er uns emotional berührt hat. Ja, und auch abgesehen davon, ob er uns jetzt berührt hat oder nicht, er ist halt einfach ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Also du wirst drei Stunden lang, wie gesagt, die vergehen im Fluge und ja, wäre jeder, der mit diesem Universum was anfangen kann. Hey, schaut euch den an, er ist super. Es ist ein würdiger, es ist ein mehr als würdiger Abschluss von 21 Filmen und neun Jahren Film im Marvel Cinematic Universe. Und ich glaube, mehr können wir jetzt auch hier im spoilerfreien Teil nicht drüber sagen. Nein, es geht auch gar nicht. Ich glaube, nee, es geht nicht. Jeder, der die Filme kennt und mag, die bisherigen, der wird sich das angucken. Und sie seine eigene Meinung bilden. Unsere Meinung ist, dass wir absolut restlos begeistert sind und aus meiner Sicht tatsächlich der beste Film aus dem MCU. Ich finde, dass das keine Untertreibung ist, nein. Also ich finde, für mich ist es wirklich der krönende Abschluss und auch der beste. Bei mehr als fünf Sterne kann ich ja nicht geben und ich habe schon ein paar fünf Sterne gegeben auf Letterboxd, aber der hat auf alle Fälle rangiert, sogar noch vor dem ersten Avengers gefüllt. Ich weiß nicht. Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, welcher von den ganzen Filmen mir am besten gefallen hat oder wo ich einfach am meisten mag, da kommt mir immer Tor 3. Ich weiß auch nicht. Der ist halt, also für mich ist das halt, vielleicht ist es für manche zu albern oder so. Ja, war es auch für viele. Ja, aber für mich ist das halt, ja, pure Unterhaltung und von den Bildern her und auch die Geschichte, also die Geschichte an sich. Ja, aber emotional hat uns doch jetzt kaum einer so bewegt wie… Nein, natürlich, ich weiß schon, aber ja, also Tor 3 ist ganz oben auf meinem Treppchen der MCU-Filme. Tja, also unser Fazit, geht rein, guckt ihn euch an, ihr… Nehmt wenig Getränke mit. Macht euch auf uns gefasst, es wird ein Höllenritt der Emotionen für euch. Wir wünschen euch viel Spaß und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns eure Meinung dazu kundtun würdet, auf die eine oder andere Art und Weise. Genau. Ja, und dann würde ich sagen… Spoiler-Alarm. Gucken wir erst mal zu unserem Spoiler-Alarm. Ja, jetzt sind wir endlich in einem Bereich unseres Podcasts angelangt, wo wir nicht mehr höllisch aufpassen müssen, irgendjemanden zu spoilern. Und magst du vielleicht mit deinen persönlichen Highlights anfangen, von denen es, glaube ich, so unzählige gibt? Also ich kann ja mal… Vielleicht ein bisschen chronologisch… Ich versuch's ja, weil das ist… Was war so dein erster Aha-Moment oder dein erstes… Also mein erster Heul-Moment war, weil ich unglaublich oft bei diesem Film geweint habe. Ja, weil es mich halt einfach so berührt. Also ich war selber über mich überrascht, aber mir sind wirklich so oft immer die Tränen in die Augen geschossen, wie so, als ob einer einen Knopf umgedreht hätte. Also das war schon krass. Und der erste Moment war halt einfach Iron Man. Das sieht man ja auch im Trailer, wie er da in dem Raumschiff sitzt und so eine Nachricht absendet. Und das war halt auch schon so. Und man sieht halt, wie… Er sieht so eingefallen aus und so dünn und so. Mein Gott, ich sterbe gleich. Und er ist mit Nebula auf dem Raumschiff und dann… Rocket. Und Rocket, oder? Nee, nur die zwei. Ach, stimmt. Ja. Und ja, und dann schläft er halt da in dem Cockpit und dann auf einmal kommt so eine warme Flamme von außerhalb, leuchtet halt so ins Cockpit rein. Und jeder, der halt Captain Marvel schon gesehen hat, kann jetzt schon ahnen, wer diese… Wer dieses Licht halt ist und sie ist es halt und rettet die halt. Und das ist schon so, oh mein Gott. Und da ging es schon los. Da kam schon… Es war schon sehr symbolisch, ja. Ja, und dann kamen schon die ersten Tränen und… Das Licht am Ende des Turnus. Ja, genau. Das war Captain Marvel. Genau. Ja, und dann fängt die Geschichte an und ich meine, das ist so unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, ob ich noch alles zusammenkriege. Also weil so viele Handlungsstränge ist auch… Also mein erster, also der erste What-the-fuck-Moment war ja dann eigentlich, also ja, diese Szene war schon mal sehr emotional und auch so das Wiedersehen, als halt Toni dann zurück auf die Erde kommt, getragen von, das Schramschiff ist halt von ihr einfach. Ja. Also sie ist halt unglaublich. Und das Wiedersehen halt mit, ja, ihm und Pepper und das war schon sehr emotional und dann, ja, dann wird relativ zackig so der Plan gesponnen. Ja, genau. So, ja, wir holen uns die Steine von Thanos einfach zurück und machen das irgendwie alles rückgängig. Und dann findet man halt raus, wo er sich da zur Ruhe gesetzt hat. Die fliegen da hin, finden halt raus, die Steine sind zerstört worden und machen mit ihm kurz einen Prozess. Und das in den ersten… 20 Minuten oder so? In den ersten 15, 20 Filmminuten. Ja, ja. Und dann gibt's einen Zeitsprung. Und zwar fünf Jahre. Fünf fucking Jahre. Den hätte ich nicht erwartet. Also die fünf Jahre. Das ist halt schon… Also dort erstmal so fünf… Years… Years later. Later. Und deine deutsche, fünf Jahre später. Das ist so, was? Fünf Jahre? Ja. Oh mein Gott. Und dann, das war schon eigentlich die größte Überraschung für mich, dass sie sich tatsächlich erstmal mit dem Schicksal der verbliebenen Superhelden auseinandergesetzt haben und auch viel Zeit dafür genommen haben. Jetzt fällt mir's auch ein, weil die allererste Sequenz war ja, dass der Hawkeye hatte ja diese Hussfessel und er war ja mit seiner kompletten Familie auf seiner Farm. Das war schon so krass. Und das war ja schon so, oh mein Gott. Also das war ja bevor irgendwas mit Marvel und überhaupt… Das war so der Prolog, war das quasi. Das war der Prolog, genau. Und dann hat sich seine komplette Familie aufgelöst. Und du denkst nur so, was? Und dann geht's schon los. Und dann bist du eigentlich schon in dieser emotionalen Zwangsjacke, muss ich schon sagen. Weil du kommst, also ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und ich fand das absolut brillant, weil du hattest natürlich 2018 mit Infinity War am Ende so dieses Verlustgefühl, diesen Schmerz hast du gefühlt. Und mit dieser einen Szene, weil da haben sich auch viele beschwert, wo ist ein Hawkeye, im ganzen Film übersieht man einen Hawkeye nicht. Und zack, erste Sequenz, seine Familie löst sich auf, du bist sofort wieder in dieser Grundstimmung, die du am Ende von Infinity War hattest. Ja, das stimmt. War brillant. Also das war gleich mal so, boah. Oh mein Gott. Wirklich komplett alle. Frau. Kinder. Drei Kinder. Bums. Weg. Weg. Wahnsinn. War toll. Ja. Und dann, wie gesagt, dann kommt dieser Zeitsprung und dann sieht man halt so, wie die einzelnen Verbliebenen mit dieser Situation einfach umgehen. Ja, also die sind halt jetzt aufgeteilt. Also jeder versucht halt, also die Black Widow versucht halt jetzt in diesem Hauptquartier so ein bisschen, ja, noch die Fäden zusammenzuhalten. Alles ein bisschen, genau. Und jeder sucht dann, also ich weiß gar nicht, was suchen die eigentlich? Also die gucken, dass alles in Ordnung ist oder wie? Ich glaube, die Carol, also die Captain Marvel, die hilft ja halt anderen Planeten, die nicht nur am Rande thematisiert werden und gezeigt werden. Die ja genau die gleichen Verluste erlitten haben, weil ja die Hälfte des Universums aufgelöst wurde. Und dann, ich glaube, die anderen, die bekämpfen halt einfach, wie sie es halt immer gemacht haben, Kriminalität und versuchen halt die Ordnung auf der Erde so ein bisschen zu halten. So der War Machine und so, hat man ja gesehen. Ja, und Rocket. Und Rocket, genau. Und ja, sie versuchen sich halt irgendwie so über Wasser zu halten. Man merkt aber halt, Steve Rogers ist in so einer Selbsthilfegruppe für… Ich glaube, er leitet sie. Oder leitet sie sogar, genau, wo er den Leuten hilft, über ihren Verlust hinwegzukommen. Und noch am wenigsten klar kommt ja, glaube ich, die Black Widow, die tatsächlich, ja, leidet. Absolut. Und der Hawkeye ist, ja, mehr als ein Auftragskiller geworden. Das hört man aber nur bis zu dem Zeitpunkt, also man hört nur, dass der halt… Einfach alles jetzt niedermetzelt, was irgendwie böse ist oder böse schaut. Also es muss richtig, also es muss richtig ausufern, weil die ja auch schon überlegen, ob sie ihn dann irgendwie stoppen sollen. Und sie verhindert es ja auch so ein bisschen, weil natürlich die halt eine enge Bindung haben. Ja, der wird halt zum… Er übt halt gnadenlose Selbstjustiz. Ja, ja. Das kriegt man am Anfang nur verbal mitgeteilt, sieht man erst später. Ja. Weil vorher kommt ja noch dieses Ereignis mit Scott Lang. Genau. Da war ich auch schon wieder geheult. Ja, vor allem halt, wer holt ihn aus der Quantengebene wieder raus? Wir haben vorher schon spekuliert, wie um alles in der Welt kommt der wieder zurück. Und wer ist es? Ein Nagetier. Ein Nagetier. Eine Ratte läuft über die… Über die… Über das Schaltbrett… Schaltbrett. Schaltpult, ja. Schaltpult, genau. Und Bums löst halt einfach den Quantensprung halt wieder aus und da ist er halt wieder. Oh, es sind halt fünf Jahre vergangen. Genau. Und das fand ich auch krass, das haben sie echt gut gezeigt, weil halt er kommt da halt raus und fragt dann halt erstmal, wo seid ihr denn alle? Und alle haben sich ja aufgelöst. Und dann siehst du halt diese Welt nach fünf Jahren und die ist halt ganz schön menschenleer. Also die Straßen, da läuft vielleicht mal einer. Müllabfuhr fährt nicht mehr. Müllabfuhr existiert irgendwie auch nicht mehr. Also das ist halt ja wie so eine Apokalypse. Also vielleicht nicht ganz so abgefuckt, dass jetzt gleich ein Zombie um die Ecke kommt, aber du kriegst so ein bisschen eine Ahnung, wie… Schon ein bisschen apokalyptisch. Ja, genau. Und weil die Hälfte der Menschheit, ich meine, da sind nicht mehr viele Leute da. Und der läuft ja dann auch über diesen Mahnmal-Frieghof oder was das ist, so dieses Memorial da, wo die ganzen Namen der Verschwundenen draufstehen und findet sich halt auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter. Oft halt, er findet sie nicht, aber er findet sich selbst. Er findet das nicht selber, genau. Und dann kommt er nach Hause. Und dann ging es auch schon wieder los mit der Heulerei. Weil dann trifft er halt seine Tochter, die Peanut, die halt schon fünf Jahre, und sie ist halt schon eine junge Frau, also ne? Ja. Ja, eigentlich, ja. Ja. Und die trifft er halt wieder und die lebt halt noch. Ja, dann klingelt er halt bei den Avengers. Ja, genau. Was man in den Trailern schon sieht. Ja. Sagt er, hallo, hier bin ich. Erinnert ihr euch nicht noch an mich? Genau. Ant-Man? Ja. Ja, und dann kommt ja dieser Plan in Schwung, dass er halt sagt, auf der Quantenebene vergeht die Zeit ganz anders. Er hat ja noch fünf Stunden dort verbracht, obwohl im realen Leben fünf Tage vergangen sind. Und entwickelt halt so die Theorie, dass man eventuell auf der Quantenebene nicht nur durch Raum, sondern halt auch durch Zeit reisen könnte. Und, ja. Was er ja nicht zugeben will, aber im Prinzip wollen sie jetzt eine Zeitmaschine. Zeithüpfer. Genau. Und das ist ja das, was man sich ja dann ab dem Moment, wo halt Dr. Strange halt den Zeitstein abgegeben hat und er ja schon in die Zeit geschaut hat und gesehen hat, es gibt eine Möglichkeit. Ab dem Moment war ja auch schon klar, wenn Endgame das irgendwie versucht, alles wieder ins Lot zu bringen, dann muss das irgendwas mit Zeit zu tun haben. Und es ist auch lustig, wie in dem Film dann halt auch immer auf alle möglichen Zeitreisen Filme halt verwiesen werden. Und es wird dann auch immer über, keine Ahnung, Terminator, Zurück in die Zukunft. Also es gibt immer wieder Anspielungen, was sehr lustig ist. Und, ja, und dann holen sie halt natürlich den größten Verstand der Menschheit. Erstmal, sie versuchen es. Und auch da wieder ein schöner Moment mit Tony Stark, der jetzt mit Pepper Potts eine Tochter hat. Und die ist natürlich Zucker. Zucker. Die haben sie natürlich abartig süß gecastet. Also das war dann so, ich glaube, das süßeste Mädchen aus Amerika haben sie da sich casten lassen. Also weil das muss ja auch, wie ist der Trailer so sagt, egal was es kostet. Whatever the cost, ja. Genau, und ja, er hat natürlich, er weiß, wenn er jetzt halt wieder da in die Kampfgefilden verschwindet, dann kann es halt sein, dass er irgendwann halt mal nicht zurückkommt. Dass das Opfer zu groß ist, ja. Dass das Opfer zu groß ist und jetzt ist er nicht mehr bereit, Opfer zu geben, weil... Ja, war echt schön, also wo, ich weiß nicht, ich glaube, Steve, Natascha und Scott da halt zu ihm fahren und versuchen ihn davon zu überzeugen, dass es halt eine Lösung gibt. Ja, und der sagt ja dann erstmal nein und dann gehen sie zum nächsten klugen Kopf. Das war auch die nächste Überraschung? Ja, das war der freundliche Hulk oder wie heißt der im Comics? Der kluge Hulk oder wie? Ich weiß nicht, es gibt ja halt... Ja, aber der halt auch extra heißt dann auch anders, habe ich nur sagen lassen. Jedenfalls gibt es ja auch in den Comics mal eine Variante, wo der Hulk und Bruce Banner sozusagen den Frieden geschlossen haben und dann halt im Prinzip Bruce Banner im Hulk-Gestalt rumläuft. Also das heißt, das Wesen und auch so mehr die Gesichtszüge von Bruce, aber halt der Koloss Hulk. Was hat mich so ein bisschen an Beast erinnert aus dem X-Men-Universum. Aber was sehr lustig war, weil dann haben sie ihn halt in irgendeinem Diner halt getroffen und er hat dann halt irgendwie die ganze Tischplatte, Essen ist nur für ihn und dann werden halt irgendwelche Selfies gemacht. Mit den Kindern. Mit den Kindern und es war dann auch schon so, ja und ich bin Scott Lang und ich bin Ant-Man. Wer ist Ant-Man? Ja, genau. Komm, mach doch ein Foto mehr. Nein, ich will jetzt kein Foto mehr machen. Und der war dann auch schon so ziemlich angepisst, dass keiner Ant-Man kannte. Ja, Ant-Man hat irgendwie den Ruf, dass ihn keiner Ant-Man kennt. Also deswegen ein schweres Los. Ja, und dann sagt der natürlich, ja klar bin ich dabei, aber irgendwie fehlt halt noch ein kluger Kopf, der dann... Ja, versucht's. Er versucht's. Was ja auch in einer absolut mega lustigen Szene, wo sie versuchen dann, Scott Lang dann in so ein paar Versuchen dann durch die Zeit zu schicken und stattdessen ihn verjüngen und altern lassen in diesem Anzug. Irgendjemand hat in meinen Anzug gepinkelt. Ja, genau. Ja, vor allem halt, das war dann auch wieder so typisch Ant-Man, also Humor, weil die haben ja von PIMP-Laboratorien haben die ja noch so diese PIMP-Partikel, die halt dann helfen in die Zeit zu springen und dann haben sie natürlich auch nur eine gewisse Anzahl. Und er sagt dann halt noch so, ja wir haben nur eine gewisse Anzahl, wir dürfen uns keine PIMP. Zwei Versuche, ein Versuch. Ja, genau. Und PIMP hat er schon einen verschwendet und das ist halt so typisch Ant-Man-Humor. Und ja, absolut super. Ja gut, Tony löst halt dann nebenbei nochmal dieses Problem mit der Zeitreise. Ja, so nebenher am Kombinfeuer. Es lässt ihm halt doch keine Ruhe. Nein, nein. Und entschließt sich halt dann doch dieses Opfer, potenzielle Opfer zu bringen. Und dann erwartet er aber schon, dann wollen sie ja sämtliche noch verbliebenen Avengers versammeln für diese Mission. Und das heißt natürlich auf der einen Seite, dass sie Hawkeye wiederholen müssen, wo man halt sieht, zu was er geworden ist. Zu einem Irokesen-Rächer. Ja, coole Fristur. Steht ihm echt gut. Und was für mich die größte Überraschung war und ich glaube für viele einfach ist Tor. Und meine Güte ist, also ich kann mir vorstellen, dass das echt die Gemüter entzweit. Ja, absolut. Aber ich fand es extrem mutig und cool, was sie mit Tor gemacht haben. Sie haben auch hier wieder eigentlich diese Figur ad absurdum geführt, weil es ist einfach, es war so dieser gestählte, muskelbepackte Gott, Halbgott, whatever. Und jetzt haben sie ihn halt einfach ein fettes, ungewaschenes, biertrinkendes Schwein werden lassen. Ja, absolut. Also ich fand es cool und vor allem, dass sie es halt wirklich bis zum Schluss durchgezogen haben. Weil es gibt dann auch mal so eine Sequenz, wo er seine Mutter wieder trifft und ja, dann denkst du so, ja jetzt macht sie dann irgendwie, streicht sie einmal über sein Haar und dann sieht er wieder schön aus. Also es passiert halt irgendetwas und ja, aber bis zum Endkampf, er sieht halt einfach scheiße aus mit seinen fettigen Haaren. Ja, vor allem, also gerade in der Anfangssequenz tut er das echt weh, weil er hat ja nicht mal irgendwas an, sondern du siehst halt seine Wampe und seine Männertitten und das ist schon hart. Ja, und was auch cool war, der Taika Waititi war dann auch wieder da und dann haben sie dann zusammen, was haben sie natürlich gespielt? Fortnite. Ja. Oh ja. Das war so lustig. Also hier ist Thor und bin nur noch, du sagst, noch einmal mein Freund hier und dann bringe ich dich um und dann so jetzt, ah danke Thor. War geil. Ja, also der Humor kommt natürlich auch wieder mal nicht zu kurz. Ja, also bis zum gewissen Teil, dann wird es dann halt nur noch, nur noch ernst und dann, ja dann passt auch dann in dem Fall auch keine Slapstick dann mehr rein. Aber es ist zu teilen auch, also ja, er hat schon seine sehr lustigen Momente, also ja, wie sie es halt immer haben. Ja. Es ist immer dabei. Ja und dann, Zeitmaschine ist gemacht und dann geht es dann nur noch darum, okay, wir wissen jetzt, wir können es, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Genau und da haben sie sich tatsächlich halt Zeitpunkte in der Geschichte ausgesucht, recherchiert, zu denen die Infinity-Steine halt für sie in greifbarer Nähe sind. Und das ist halt jetzt, das ist halt jetzt was, wo, ich muss es sagen, du weißt es ja, ich und Zeitreisen. Ja, 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 darfst du das sagen. Jetzt darfst du alles. Ja, genau, also meine, 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 ich bin ja, ich bin immer sehr allergisch gegen Filme, die das Thema Zeitreisen nicht durchdenken, wenn sie es verwenden. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang so ein bisschen meine Probleme hatte, auch damit, wie Marvel jetzt damit umgeht. Je länger ich aber darüber nachdenke, umso mehr habe ich meinen Frieden damit geschlossen, weil es in deren Welt, also so wie sie es erklären, Funktioniert. Macht es auch Sinn und vereinfacht ausgedrückt sagen sie halt, okay, sie holen sich quasi die Steine aus der Vergangenheit, um in die Gegenwart all diejenigen zurückzuholen, die quasi vor fünf Jahren einfach verschwunden sind, aber sie werden die vergangenen fünf Jahre auf gar keinen Fall verändern. Also sie machen das jetzt nicht rückgängig im Sinne von alles ist so, wie es vor fünf Jahren war, sondern die fünf Jahre sind vergangen, die bleiben vergangen, aber sie holen die Steine in die Gegenwart, holen die Leute und bringen die Steine wieder an den ursprünglichen Punkt in der Zeit zurück, sodass all das, was quasi passiert ist, auch wieder passieren darf. Sonst würdest du dich ja, würdest du deine eigene Gegenwart kannibalisieren, wenn du das anders machst. Das mag einem ja, also das ist so ein unendliches Gedankenspiel, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn du quasi in die Vergangenheit reist und aus der Vergangenheit was entfernst und wieder in die Zukunft zurückspringst, dann müsstest du eigentlich eine veränderte Zukunft vorfinden. Wenn du aber dann sagst, nee, ich bringe das ja aber zurück, allein diese Absichtserklärung und das dann auch tust, dann ist ja nie was passiert und das kannst du halt unendlich treiben, dieses Spiel. Und damit muss man halt so ein bisschen seinen Frieden machen. Vor allem halt, es wird ja dann auch erklärt als dann der Zeitstein, weil es gibt dann einen Moment, also sie springen dann halt auch in die einzelnen Avengers-Filme dann auch wieder zurück, das ist dann auch immer ganz lustig, wo sie dann… Guardians, einmal Guardians. Einmal Guardians, dann einmal Avengers, der erste Teil, wo sie dann genau nach New York kommen und da ist es dann halt so, dass nicht Dr. Strange den Stein hat, sondern halt die… Die andere Wächterin, ja. Die andere Wächterin, genau. Und die erklärt ja dann auch nochmal, die Tilda Swinton, die erklärt ja dann auch nochmal, wie das mit den Zeitebenen ist. Und ja, als es dann gesagt wird, so, ja, wer das dann auch gesagt hat, ja, warum sagst du das nicht gleich hier, zack, hast du einen Stein? Weil Dr. Strange hat es ja gesagt, also sie wusste ja schon natürlich, weil sie hat ja den Zeitstein, dass es irgendwann mal jemanden geben wird und der ist das Dr. Strange und das ist ja sowieso der mächtigste Magier. Und so weiter und so fort. Also das meinte ich übrigens damit, das ist ein Teil, glaube ich, an dem sich mehrere Leute stören könnten, das sind diese Zeitreisen. Also es ist also dieser Mittelteil einfach, dieser komplette Mittelteil, wo sie halt, wie gesagt, einmal noch in New York reisen. Das ist ja Captain America, das ist Ant-Man, Tony, Iron Man und Hulk. Ja. Weil sich zu diesem Zeitpunkt ja schon mal… Ich glaube drei sogar. Drei Steine. Der Tesseract. Der Tesseract, der Zezepter. Ja, und der Zeitstein. Und der Zeitstein in New York befinden. Genau. Dann schicken sie ja Nebula und War Machine auf diesem Planeten, wo der Peter Quill… Ja, Star-Lord. Der Star-Lord diesen Stein holt und sie schicken… Jetzt warte mal, nee, 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 das kenne ich auch zu viert erst mal. Da ist nämlich noch Hawkeye und Black Widow, die dann aber nach Warmir geschickt werden. Ja, genau. Um den Schicksalstein zu holen. Seelenstein. Seelenstein, Entschuldigung. Und ein drittes Team, das besteht dann aus… Das ist dann Thor und… Und Rocket. Rocket, die dann nach Asgard gehen, um den Aether zu holen. Den Aether aus… Natalie Portman zu extrahieren. Aus Natalie Portman zu extrahieren, genau. Wahrscheinlich hast du so eine Spritze in den Arsch gekriegt. Ja, ja. Sieht man nicht. Sieht man nicht, aber man sieht sie dann auch kurz. Also das mit dem… Also es kommen sehr, sehr, sehr viele Charaktere. Und wenn es nur für zwei, drei Minuten ist, sieht man sie halt dann wieder. Und genau. Ja, und das ist halt schon… Und das meine ich mit Schaulaufen. Ja. Weil das ist Fanservice. Das ist purer Fanservice. Du hast diesen Rückblick. Du… Deswegen hat uns das auch so gefreut, weil wir die alten Teile nochmal geguckt haben, weil jetzt eins zu eins wusste… Also man sieht teilweise Szenen aus alten Filmen, speziell jetzt in New York, aus einer anderen Perspektive. Das hatte sowas von Back to the Future, Teil 2, wo er sich selbst auf der Bühne spielen sieht und so. Und das war halt… Ich fand's toll. Ich fand's einfach toll. Ich fand's auch toll. Weil klar ist das jetzt nicht der actionreichste Part und… Ja, wobei mein Captain America kämpft gegen Captain America. Die kämpft gegen sich selbst. Ja, also ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja, genau. Und also wenn das nicht kampf genug ist… Also das war schon… Übergeil, ja. War sehr geil. Weil die halt wirklich… Also der kann einstecken. Das ist der Wahnsinn. Also ich meine, die kämpfen ja erst auf einer Brücke und dann springen sie da rum, da rum und dann geht's da ins Glas und da ins Glas. Und du denkst dir so, oh mein Gott, ich war eigentlich schon nach zwei Sekunden, würde ich ja nicht mehr aufstehen. Und die geben sich da halt gnadenlos. Und das ist einfach… Aber das ist halt auch immer so, wenn du halt… Gerade bei Zeitreisen, wenn dann halt… Wenn man sein eigenes Ich in der Gegenwart, also von der Zukunft in die Gegenwart und dann trifft man das. Und dann denk ich immer so, ich hab jetzt Angst, ich komm irgendwie nicht mit. Keine Ahnung, ob das jetzt… Eigentlich darfst du ja deine eigene… Dann dürfte es nicht funktionieren, aber wenn du sagst, okay, du reist aber wieder zurück und bringst die wieder an Ort und Stelle, das hat man ja dann nicht gesehen, wie das funktioniert. Aber… Dann müsste der Film nochmal eine Stunde gehen. Ja, dann hättest du einfach… Dann ist das alles eh nie passiert. Also ist es egal. Also das ist so… Man muss sich einmal damit abfinden und gut ist. Na gut, okay. Ja. Da glaube ich, ist auch müßig, wenn man sich da jetzt dann das zerlegt, weil entweder man akzeptiert diese Prämisse und nimmt sie hin oder halt nicht. Und ich dachte, ich hab meinen Frieden damit gemacht, weil sonst käme ich da nicht mehr raus aus dem Nachgrübeln. Ja, da müsste man ja wirklich den Film nochmal bis aufs Mark runterziehen. Nee, das darfst du nicht machen, dann machst du ihn kaputt. Ja. Ja, dann geht ja der erste Versuch da schief. Sie müssen dann quasi nochmal zurückspringen in die 70er, wo Tony dann seinen Vater trifft. Was auch nochmal ein schöner Moment ist, wo dann der Käpt'n seine Flamme… Agent Carter. Agent Carter nochmal sie. Ja. Und das sind einfach schöne Momente. Das ist so… Ich würde es vergleichen, als wenn man durch ein altes Album blättert. Mhm. Ja. Das ist, ja, manchen vielleicht zu ruhig. Zu emotional. Keine Ahnung. Hieß es gestern auch. Ja, ich fand das toll. Das wäre ein Film für Frauen. Wurde uns gesagt. Ich finde es toll. Ja, und dann hast du auf der anderen Seite natürlich die, das andere Team da, ich sag mal, diese Geschichte um Nebula, auch die ist, ja, größtenteils nachvollziehbar, dass in dem Moment als Nebula quasi in die Vergangenheit reist mit Warmaschinen da, gibt es ja die zweimal. Und bei Nebula ist es wohl so erklärt, dass die ist ja so eine Art Maschine, so eine Art, ja, nicht künstliche Intelligenz. Also sie ist eine Maschine und sie, ja, sie ist wohl auch vernetzt irgendwie, das wird so mit so einer Art Netzwerk erklärt, in dem sie sich bewegt, in dem sie kommuniziert und als dann quasi zwei Nebulas in dieser Gegenwart sind, überlagern sich ihre Gedanken und ihre Erinnerungen. Und dann, ja. Ja, das wäre ja auch ein Spaziergang gewesen, ne? Ja. Also wenn da jetzt nichts schiefgegangen wäre. Ja, genau. Und das wird dann natürlich auch nochmal ziemlich heikel. Auch ein sehr emotionaler Moment ist, weil, wie man es ja im Infinity War auch schon weiß, den Seelenstein gibt es halt nur, wenn es ein Opfer gibt. Ja. Was die zwei jetzt natürlich nicht wissen, woher sollen sie es auch wissen, weil… Also Clint und Natascha. Genau. Weil Thanos hat es ihnen ja nicht verraten und Gamora, die ja schon tot ist, auch nicht. Also kommen… Aber den hätte sie ihr verraten können. Nebula. Ja, stimmt eigentlich. Die Bitch. Ja, das fand ich auch so ein bisschen… Ja, weil die wirklich so total unvorbereitet da halt hingehen und dann halt, dann gibt es halt da auch nochmal einen Kampf, wie… Ja, aber sie wissen halt nur, dass Thanos alleine zurückgekommen ist. Ja, genau. Ob er sie einfach so umgebracht hat oder ob es tatsächlich… Aber sie wusste es ja schon. Sie hat es doch auch gesagt. Ne, sie hat nur gesagt, dass sie nicht mehr zurückkam, aber sie wusste ja nicht, warum. Sie war ja nicht dabei. Also, verstehst du, sie hätte sich halt einfach… Also, es hätte sich ja für Außenstehende auch so darstellen können, dass er sie umgebracht hat, ohne einen Grund. Aber hat sie nicht auch mal erwähnt? Ist das Seelenstein so? Ne, ne, das wusste sie nicht. Naja, okay. Ist ja egal, auf alle Fälle muss ja ein Opfer gebracht werden. Ja, und dann gibt es dann… Im Grunde streiten sie sich drum. Ja, streiten sie sich, so wer jetzt sterben darf. Und, naja, Black Widow hat dann natürlich die dickeren Eier und setzt sich durch. Aber auch logisch, sie machen sich ja keine Familie. Ja. Ja, was aber auch trotzdem… Sehr emotional. Sehr emotional war. Ja, weil die zwei halt auch wirklich wie Bruder und Schwester sind. Ja. Ja, und dann kommt er dann halt wieder. Und da war es dann halt auch mal… Also, eine Sache, da wollen wir jetzt nicht den Spaß rausnehmen, aber eine Sache, wo wir halt uns auch noch gefragt haben im Nachhinein ist, weil man sieht ja bei Guardians, wie schwierig es ist, wenn ein Normalsterblicher einen Infinity-Stein in der Hand hat und auf einmal konnten… Hinz und Kunz. Hinz und Kunz konnte einen Infinity-Stein in die Hand nehmen und ja. Ja, ist einfach so. Es ist so, ja. Da brauchen wir jetzt nicht mehr… Genau. Keinen Guardians-Schall auf mehr. Jetzt sind halt… Wie viele sind es? Fünf? Fünf Steine, ja. Sechs. Sechs Steine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Infinity-Steine. Jetzt sind halt die die Messlatte. Ja, genau. Und nicht mehr einer. Ja. So. Naja, und dann schaffen sie es halt irgendwie alle zurück in die Gegenwart mit dem Infinity-Stein. Ja, sie basteln dann selber so einen Handschuh. Sie basteln dann selber so einen Handschuh und natürlich gelangt ja die falsche Nebula in die… In die Gegenwart. In die Gegenwart. Und macht dann hier Tabula Rata und dann kommt dann Thanos. Ja, und die holt halt… Ist es schon eine Zeit, wo dann auch Thanos dann schon kommt mit seiner ganzen Scherden? Ja, ist ja aber auch so der Nächste, wie gesagt, das eine mit dem Infinity-Steinen, dass die plötzlich jeder dahergelaufene, jeder Sterbliche er plötzlich in die Hand nehmen kann. Das Zweite ist, wie es halt Thanos mit seiner kompletten Armada ohne Pim-Partikel mal eben so einen Zeitsprung geschafft hat. Ja. Oder hatten sie Pim-Partikel? Haben sie die von Nebula geklaut? Von der anderen? Wahrscheinlich. Nein, aber das war ja der Thanos von… Der Vergangenheit. Der weiß ja gar nichts von. Also, weißt du, die Prämisse ist, der, der reist, braucht Pim-Partikel. Die hat aber schon die Nebula gebraucht, die falsche Nebula, um in die Gegenwart zu kommen. Und wie holt sie dann die Armada? Weiß man nicht. Sie macht das ja mit der Maschine. Ja. Ist ja egal. Vielleicht ist sie einfach nur klüger als alle anderen. Okay. Aber das ist eine gute Frage, wie jetzt die alle daherkommen. Sie schraubt ja, tippt ja an dieser Zeitmaschine rum und holt tatsächlich dieses Mega-Kampfschiff von Thanos in die Gegenwart. Cooler Moment. Und wie gesagt, kein zweites Mal darüber nachdenken, wie genau das geht. Sie hat es halt geschafft, weil was dann folgt, ist halt einfach der pure Wahnsinn. Weil dann legt halt Thanos mit seinem Kampfschiff erstmal das Avengers-Hauptquartier in Schutt und Asche und lässt halt seine Armee auf die Erde los. Auf die Avengers los? Erstmal kämpft er alleine. Genau. Und dann, was dann folgt, ist halt einfach einer der epischsten Kämpfe des Marvel-Universums. Ist ja erstmal nur Thor, Captain America und Iron Man, die sich gegen Thanos stellen, weil die anderen ja immer noch unter den Trümmern begraben sind. Also Ant-Man, War Machine und der Clint, also der Hawkeye. Und allein das, also mein Lieblingsmoment ist ja einfach der, wo Captain America Thor's Hammer schwingt. Ja, ja, schon. Das war so ein, also dieser eine Sprung von ihm, das ist so ein Ding, anhalten, ausdrucken, an die Wand hängen. Oder der eine Moment, wo er dann halt auf diesem Hang da steht und dann sich so langsam halt alle Gegner halt aufbauen und er halt mit dem Hammer und seinem Schild da halt steht und dann siehst du so langsam, wie hinter ihm so die Kreise geöffnet werden. Und das ist halt auch ein arschgeiler Moment, also wo du erst siehst, dass er alleine ist, an der Totalen. Gegen diese Armee. Und dann wird halt in, äh... Ja, da ist sein Schild schon zerbrochen, ne? Ja. In dem Moment, wo er auch sein Arm gebrochen... Ja. Ja, ja, das siehst du doch, wie er da festzieht und da irgendwie so der Knochen so raussteht. Was? Das hab ich nicht gesehen. So eine klaffende Wunde an seinem Arm, ja. Ne, ne, hab ich nicht gesehen. Ich hab nur, dass er... Aber der Schild war noch nicht komplett kaputt, oder? Der war gebrochen zu dem Zeitpunkt, doch. War der schon da gebrochen? Okay, also es ist einfach unglaublich viel, also man kann sich das im Teil einfach nicht merken. Genau, du bist einfach komplett... Platt, also das ist... Wow, okay, und dann kommen sie halt alle. Es kommen... Was, was, was? Der Thor. Ja. Thor verwandelt sich, aber er verwandelt sich halt jetzt nicht, auch wieder nicht in diesen gestellten Halbgott, sondern er verwandelt sich halt in so ein, wie so ein Kampfzwerg, sah der aus. Ja, nur groß. Genau, mit diesem geflochtenen Bart und seiner Wampe, aber trotzdem in Kriegsrüstung und mit diesem... Ja, genau, er hat mich an den Zwerg erinnert. Ja, dann hat er diese Axt. Und den Hammer. Ja, genau. Boah, das war auch so geil. Ja, sehr geil. Und als er dann gesehen hat, dass er würdig ist, den Hammer zu schwingen, dann haben sie sich natürlich die Werkzeuge geteilt. Und hier nimm du den kleinen... Ja, genau, nimm du das Baby. Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn. Und Thanos ist halt einfach ein Tier, ja. Und trotzdem ist es halt immer so, dass du... Du weißt halt, es steht alles auf dem Spiel. Das ist das, was für mich zum Beispiel Infinity War und natürlich jetzt auch Endgame zu so viel mehr macht als ein Civil War jemals war. Weil ich hatte bei Civil War niemals Angst um irgendeine Figur. Das war mein Hauptproblem. Ich hatte keine Angst um Tony Stark. Ich hatte... Also, selbst bei dem Kampf Mann gegen Mann hatte ich nicht Angst, dass irgendeiner stirbt. Ich weiß nicht, wieso. Manchen ging es anders. Aber ich... Da waren für mich die... Ja, ja. Das war nicht... Die Risiken nicht hoch genug. Ja, weil man auch gewusst hat, es geht ja noch weiter. Das MCU geht ja auch noch weiter. Ich meine, das war natürlich auch krass mit dem... Mit der Verletzung von War Machine, dass der seinen Rückgrat da gebrochen hat. Ja, aber das war ja auch so ein... Das ist ja auch so ein Pseudo-Opfer. Ja, ja. Dann schnallt man dann seine Prothese um und gut ist. Ja, ja, das stimmt. Und hier waren halt einfach die... Ja, die Risiken waren hoch. Du konntest überhaupt nicht wissen, wer lebt, wer nicht lebt. Und deswegen waren die Kämpfe auch immer so ein emotionales Auf und Ab. Und ich dachte so, oh mein Gott, und hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Und man hat sich ja eh schon emotional auf alles Mögliche vorbereitet. Und es war ja auch schon Natascha gestorben. Ja. Und es war auch schon so ein emotionaler Moment, einfach wo sie dann im See stehen und... Ja. Und dann... Ja, und dann kommt... Aber ihr schnippst doch, oder? Und dann kommen sie alle wieder. Ja, ja, genau. Das kommt ja... Ja, das haben wir vollkommen übersehen. Na ja, bevor Thanos in die Gegenwart kommt, schnallt sich ja Bruce Banner, also Hulk, den Handschuh an und schnippt alle zurück in die Gegenwart. Genau. Und das wird aber in dem Moment erstmal nur symbolisiert durch einen Anruf von Clint's Frau auf seinem Telefon. Genau. Und dann bricht die Hölle los. Ja. Und dann kommt Thanos. Und dann kommt erstmal Thanos. Und dann kommt erstmal der Kampf. Und dann in einem Moment der absoluten Ausweglosigkeit, wo sich halt Cap gegen den Rest von Thanos' Armee alleine stellt zur Not, gehen halt diese Funkenkreise plötzlich überall auf. Und dann kommen sie alle. Es kommen sie alle zum Vorschein. Alle. Wirklich alle. Wirklich, wirklich alle. Also die, wo... Also der Loki, der tot ist, die Black Widow, die tot ist und auch Vision, der tot ist. Natürlich nicht. Kommen natürlich nicht wieder. Aber ansonsten, es kommt wirklich jeder. Wirklich jeder. Also Wahnsinn. Und das ist... Und dann sagt halt Cap den Satz, den seit elf Jahren... Den hat man ihn ja nicht mal in irgendeinem Avengers-Film sagen lassen. Der wurde ja immer unterbrochen. Ja, das kann sein. Avengers. Am Ende vom Film war das das Mal. Avengers. Zack. Ende. Und er darf ihn jetzt sagen. Er darf Avengers sammeln. Oh Gott. Avengers Assemble sagen. Und sie versammeln sich. Und es bricht halt echt der Wahnsinn ist kampflos. Das ist so unglaublich. Und jeder bekommt seinen Moment. Jeder. Jeder. Es ist... Man kann das zum Teil als ein bisschen unübersichtlich bezeichnen vielleicht. Aber wie willst du? Kampf-Szenen sind immer unübersichtlich. Vor allem mit dieser Masse. Ja. Und wir haben uns aber auch gar nicht drüber ausgeleitet. Mir fällt jetzt gerade ein, es war auch ein bisschen düster. Ja. Aber nicht zu. Aber nicht zu. Also man hat genug gesehen. Und einer meiner absoluten Lieblingsmomente war als Captain... War das mit Captain Marvel? Frauenpower. Die Frauenpower-Szene. Also da wo wirklich Pepper Potts, die Walküre, Captain Marvel, also die Wasp. Also es waren wirklich... Nur Frauen. Nur Frauen. Und die haben sich da dann durchgekämpft. Weil da ging es dann darum, dass der Handschuh ist nämlich dann von einem zum anderen gewandert. Peter Parker hat ja dann auch... Sie wollten ihn zurückschicken. Den Handschuh. Ja. Genau, aber der ist ja dann immer von einem zum anderen gewandert. Und das ist ja dann auch ein sehr... So ein Staffellauf. Ja, das war auch so ein Staffellauf. Und was auch sehr krass war, weil er da hat auch nochmal jeder seinen Moment und seine Special-Moves zeigen dürfen. Und dann kommt halt dieser Frauenpower-Moment. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, aber das ist doch genau das, auf das man als Fan wartet. Ja, natürlich. Und das ist halt das, weil sie halt... Sie machen es aber auch nicht platt und das ist halt einfach... Du willst, dass deine Helden geile Momente bekommen. Genau so... Das ist ja... Ein Comic funktioniert ja genauso, weißt du. Du liest erstmal die Geschichte und am Ende ist dann der Kampf und du siehst dann, wie sie halt da kämpfen und wie das Ganze halt dargestellt wird und genau darauf läuft es hinaus. Und das liefern sie halt und das ist halt einfach nur eine Überzuckerung der Gefühle. Und das ist halt... Und das, was du halt einfach sehen möchtest als Fan. Ja, dann allein so dieses... Auf was schießen die da? Und dann kommt halt aus den Wolken Captain Marvel angeflogen. Ein bisschen zu spät zur Party. Ein bisschen, ja. Mit einer schlechten Frisur. Das ist das einzige Manko in dem Film. Also für mich... Kurzhaarfrisur. Das Ober-Ober-Manko des Films ist, wieso haben sie die Haare abgeschnitten? Ja. Ich meine, ich habe nichts gegen Kurzhaarfrisuren, aber Hallo muss sie jetzt aussehen wie irgendwie so eine... Sie hätten so Niro auch gut gestanden, aber das sah so komisch aus. Das sah echt komisch aus. Das sah so altbacken aus. Naja. Weiß auch nicht. Jedenfalls macht sie halt einfach mal dieses Kampfschiff platt in ihrer Manier. Sie macht das, was sie am besten kann. Ja, und sie stellt sich halt auch gegen Thanos. Das war auch so ein geiler Moment, wo sie halt diesen Handschuh entreißen will. Und dann kommt es halt zum... Wo es leider aber nicht schafft. Wo ich mir auch denke, sie wird die ganze Zeit als mächtigste Figur angekündigt und dann irgendwie schafft sie es dann doch nicht. Naja, er haut hier halt einfach einen mit dem Steiner Macht da rein, der ja aus dem Handschuh, den er sich ja schnappt. Und das bringt ja Tony auf die Idee, dass man das doch mit allen Steinen machen könnte. noch bevor er mit den Fingern schnippt und sagt, ich bin unvermeidbar. Und das war halt auch die Wahnsinnsszene, weil dann sagt, sein Handschuh treten, du siehst plötzlich Tony Starks Hand und alle sechs Infinity Steine. Und er sagt dann, ich bin Iron Man. Und schnippt. Und dann verschwinden halt einfach alle Gegner, inklusive Thanos. Und mein gut, so ein Infinity Handschuh, den verkraftet halt nicht jeder und leider auch nicht. Und da ist es halt schon. Oh Mann. Da habe ich auch wieder geheult. Ja, Rotz und Wasser. Ich meine, Tony Stark ist einfach, also ist das Aushängeschild oder Robert Downey Jr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er eigenhändig das Marvel-Universum aus der Versenkung oder überhaupt zur Blüte erhoben hat, aber er war der Erste. Und er ist das Aushängeschild des MCU. Und dass er stirbt, damit habe ich zwar gerechnet, dass er in Ruhestand geht, ja. Okay. Ich nicht. Ich habe auch mit Captain America gerechnet. Ja, aber das war ja das, weil er hat ja keinen Vertrag mehr oder es gibt keine Klausel mehr, soll jetzt nur einen Film machen und so. Deswegen haben ja viele immer gedacht, dass Captain America stirbt und deswegen dachte ich auch die ganze Zeit bei dem Kampf, jetzt ist es gleich soweit. Also um ihn hatte ich am meisten Angst, wirklich. Also ich habe so mitgefiebert und ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass er jetzt sich so in eines meiner Lieblingsfiguren halt verwandelt hat. Also ich bin jetzt echt voll der Captain America-Fan. Ja, und dann kommt halt diese, ja, da muss man auch dazu sagen, im Nachhinein, er hat die Leute natürlich nicht einfach verschwinden lassen, so wie Thanos das getan hat, sondern meiner Theorie nach und der Theorie vieler nach hat er sie einfach dahin zurückgeschickt, wo sie herkamen, weil sonst wäre ja auch, wäre diese Prämisse, die die letzten fünf Jahre nicht verändern zu dürfen, kaputt. Nichtsdestotrotz stirbt er und es folgt halt einfach eine absolut emotionale Beerdigung, wo einfach auch nochmal alle in schwarz am Seeufer und, ach Gott, das war so schlimm. Das war auch schlimm, ja. Wahnsinn. Die Musik, oh Gott. Und dann, ja, dann dürften, ja, Captain America sagte dann irgendwie, also Captain America geht ja auch in den Ruhestand, aber halt auch so ganz anders, als ich das erwartet habe. Und das ist halt auch wieder so, wo mich der Film so überrascht hat, wo er ja sich, er sagt, er bringt die Steine zurück, nimmt halt den Koffer mit den Infinity Steinen, wird von Hulk in die Vergangenheit geschickt und er meint so, ja, egal wie lange es für ihn dauert, für uns dauert es fünf Sekunden und er taucht halt noch fünf Sekunden nicht wieder auf, sondern er sitzt halt plötzlich irgendwie auf einer Parkbank irgendwie, weiß ich nicht, viele, viele Jahre gealtert und hat sich halt entschieden, in der Vergangenheit zu bleiben und das Leben zu leben, das ihm verwehrt geblieben ist. Ja, mit Agent Carter. Mit seiner, mit seiner Peggy heißt die? Peggy, ja. Ja, wunderschön. Ja. Und dann gibt er halt sein, sein Schild weiter. An Rhodey. Nee, nicht an Rhodey. Aber wie heißt er denn jetzt? Falcon. Falcon, ja, genau. War auch so ein schöner Moment. Ja, vor allem voller Symbolik, also, dass jetzt Captain America ein Schwarzer ist. Ja. Fand ich auch toll. Toll. Einfach nur toll, ja. Ja, was für eine Achterbahn der Gefühle. Ja. Und dann ist der Film fertig und dann kommt der Abspann. Und dann kriegt halt, also im Vorfeld werden halt die ganzen Namen dann halt eingeblendet und mit Bildern und allem Möglichen und dann kommt der ober, ober, also emotionale Moment nochmal, wo du wirklich weißt, okay, jetzt heißt es Abschied nehmen und das ist halt, dass die Haupt-Avengers werden halt alle nochmal einzeln ins Bild mit Unterschrift der Schauspieler und dann weißt du, okay, jetzt ist hier Abschied nehmen und dann, also dann ist es doch mal aus mir ausgebrochen und dann irgendwo später, also ich habe dann nur noch Rotz und Wasser geholt. Ja, das war halt, das war halt wie so diese Memoriam-Clips bei einem Oscars. Ja, genau, so war es auch aufgebaut. Genau, so war das und ja, war toll. Toll, also es ist, es ist unglaublich schwer, ich meine, diese drei Stunden, dass man das irgendwie transportieren kann, weil es einem so, wie gesagt, auf Höhenflüge und Tiefen mitnimmt und einfach mal so durch, also ich habe mich da echt, ich war fertig. Ja. Also ich habe gesagt, wenn, also noch eine Stunde, ich wäre gestorben. Also emotional überlastet, ich war nach diesen drei Stunden fertig, emotional fertig, weil ich es nicht mehr wusste und das auch alles erstmal sacken und verarbeiten zu lassen. Ja, das stimmt. Ich finde das gut, das ist einer der Filme, wo ich sage, ich bin froh, dass wir nicht am selben Tag noch aufnehmen mussten oder durften, weil da einfach ein paar Tage ich erstmal gebraucht habe, um das sacken zu lassen. Es ist ein Film, der, der für uns, denke ich, auf ewig einen ganz besonderen Stellenwert haben wird. Ja, alle. Und alle, die natürlich das ganze Cinematic Universe, wie auch immer es weitergehen mag. Der Abschluss der Phase 3 steht uns ja noch bevor. Aber es wird im Juni, Juni oder Juli? Juli, Ende Juli. Juli 2019 kommt Spider-Man Far From Home, zu dem ja auch schon der erste Trailer zu sehen war, war meist allerdings noch nicht so genau. Ich glaube, gelesen zu haben, dass das tatsächlich nach den Ereignissen von Endgame spielt. Muss ja, ja. In einer Welt eben ohne Tony Stark und ohne Captain America, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, was Marvel jetzt macht. Also ich bin gespannt, wer diese Fackel weiterträgt und ob die kommenden Filme, die ja kommen werden, wie sich die da einordnen. Ob die bei uns noch das gleiche Gefühl auch verursachen können oder ob wir einfach immer so das Gefühl haben werden, dass was fehlt oder ich hoffe ja nicht, dass sie jemals den Fehler machen werden, um irgendwie nochmal von vorne anzufangen, die Besetzung neu zu casten und zu sagen, jetzt haben wir hier einen neuen Tony Stark oder so. Ich hoffe es nicht. Aber ich glaube, das machen sie auch nicht. Nee, das sollten sie auch nicht. Dieses Recasting, dazu haben sie sich zu sehr, dazu haben sie das zu sehr aufgebaut. Ja. Und ich glaube, dass es funktioniert. Es ist tatsächlich, glaube ich, schon so eine Art Wagnis auch für die Marvel Studios, da ohne diese Zugpferde künftig auskommen zu müssen, wollen, wie auch immer. Es war ein notwendiger Schritt, zweifelsohne ein trauriger Schritt für uns Fans, aber auch ein wichtiger. Ja. Und jetzt gucken wir, wo es weitergeht. Also Abschlussphase 3 wird definitiv Spider-Man sein und danach sind halt, ja, es ist definitiv noch ein Guardians angekündigt, jetzt doch wieder von James Gunn. Den haben sie jetzt dann doch begnadigt. Den haben sie wieder zurückgeholt, haben sie begnadigt, dann ist ein Black Widow-Film ist noch angekündigt. Wobei ich das jetzt auch nicht ganz verstehe, wie sie das jetzt machen wollen. Ja, es wird definitiv wahrscheinlich irgendeine Origin-Geschichte werden, die sie dann noch nachschieben. Was ich ein bisschen schade finde, weil das jetzt... Hätten sie auch früher machen können. Ja, das hätte jetzt dem Endgame noch etwas mehr Gewicht verliehen, wenn sie das noch zwischendurch gemacht hätten. Ja. Ja, es kommt auch einfach noch ein Black Panther. Ja. Definitiv. Dann halt die ganzen Serien, die eventuell bei Disney Plus dann kommen werden. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, sie wollen verstärkt auf Serien setzen. Das habe ich ja auch schon gelesen, eben mit ihrem eigenen Streaming-Dienst, den sie da jetzt anbieten wollen. Der übrigens auch nach Deutschland kommen soll, aber erst 2020. Was? Nee. Und ja, wie das Cinematic Universe dann weitergeht, ja, werden wir nach Spider-Man erstmal abwarten müssen. Ja. Es ist auch, ich sage mal so, auch dieses, die Tatsache, dass jetzt Spider-Man sozusagen der Abschluss von Phase 3 ist, muss ich mir auch erstmal noch, muss ich auch erstmal mal Spider-Man erstmal nochmal gucken dann, gesehen haben, um beurteilen zu können, ob das was jetzt besser gewesen wäre. Aber jetzt so nach Endgame wäre für mich, das ist so, wie soll ich das jetzt vergleichen? Es gibt ein Computerspiel oder ein Konsolenspiel, das nennt sich Mass Effect, ja, und es gibt drei Teile davon und am Ende von Teil 3 kommt die ganze Geschichte zu einem Abschluss. Und tatsächlich zu einem Abschluss und ja, auch das Schicksal des Hauptprotagonisten ist besiegelt, sagen wir es mal so. Und dann gibt es DLCs, also so Downloadable Contents, nachträglich hinterhergeschoben, mit denen man dann Episoden spielen konnte von vorher. Und das fühlte sich immer falsch an. Das waren tolle, das waren tolle, tolle DLCs, ja, waren, ja, waren wirklich tolle Spiele oder, oder tolle, ja, tolle Geschichten, aber es fühlte sich immer falsch an, weil du dich wieder emotional in eine Zeit zurückversetzen musstest, in dem all das noch nicht passiert ist, was jetzt passiert ist. Und das, glaube ich, wird für mich als Zuschauer die Herausforderung. Zu sagen, ich gucke jetzt Spider-Man, es hängt wirklich maßgeblich davon ab, wie sie damit umgehen. Also, weil wenn sie da einfach so mit dem Besen drüber gehen und sagen, ja, ist halt jetzt so und dann jetzt machen wir einfach unseren Spider-Man-Film weiter und ich fürchte, dass es fast so werden wird, dann weiß ich nicht, wie ich emotional damit umgehen kann. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, absolut. Also du wirst jetzt den Film mit anderen Augen sehen, weil eben die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, aber ich bin der Meinung, dass sie das nicht machen werden, weil der Kevin Feige ist echt ein fähiger Mann. Und ich meine, du machst nicht so 21 solche Filme, wenn du nicht irgendwie einen Plan hast. Und ich glaube, dass er jetzt auch schon einen Plan hat. Und er wird den einen oder anderen neuen Superhelden dann etablieren. Ich denke, Captain Marvel, hast du ja eh schon gesagt, wird es auch einen neuen Film dann geben und ja, dann wird es dann halt, es gibt ja auch in den Comics etliche Varianten der Avengers. Apropos, fällt mir jetzt gerade ein, also eine Theorie wäre, also das wäre schön, wenn sie in die Richtung gehen würden, weil sie könnten natürlich jetzt Spider-Man Far From Home schon nutzen, um so diesen, diese, also den Weg Peter Parkers zu zeigen, wie er quasi seiner Azubi-Rolle entwächst. Weil Iron Man war sein Mentor. Er war so eine Vaterfigur, so eine Ersatzvaterfigur für ihn. Und das, damit spielen sie ja auch. Und auch Tony Stark hat sich ja irgendwie sehr emotional verbunden gefühlt mit ihm, was ja auch ein Grund war, warum er dann die Mission angenommen hat, durch die Zeit zu reisen, weil er es ihm schuldig war, wie er es ausgedrückt hat. Ja, das war auch so, das war auch schön. Und jetzt, glaube ich, wäre ja der Moment, wo er dann erstmals ohne diesen Mentor klarkommen muss und sich seiner Verantwortung auch bewusst sein muss und tatsächlich zum Avenger wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn sie das nutzen als, ja, er wird erwachsen, sozusagen. Apropos Spider-Man, also ich glaube, wir sind jetzt ja mit unseren, mit unseren Ausführungen soweit am Ende, was Endgame betrifft. Ja, habe ich auch schon überlegt, apropos Spider-Man, weil wir haben noch im Vorfeld gedacht. Genau, wir haben keine Serienempfehlung. Wir haben keine Serienempfehlung. Aber wir haben eine dicke, dicke, dicke Filmempfehlung für euch, die auch ganz gut jetzt hier in den Kontext passt. Und weil wir Idioten nicht im Kino gesehen haben und wir haben uns, das ist einer, manchmal denke ich mir, naja, gut, ob ich den jetzt ein halbes Jahr früher oder später sehe, aber da habe ich mich echt aktiv geärgert, dass wir den nicht im Kino geguckt haben. Die Rede ist von Into the Spider-Verse. Ja, genau, Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie heißt das? Ja, das ist ein 3D-Animationsfilm, der seinesgleichen sucht. Zu Recht einen Oscar bekommen hat, dieses Jahr. Und falls ihr den noch nicht gesehen habt, also wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Wenn ihr todesmutig seid, schaut ihn euch in 3D an. Wir haben es nicht getan, weil das ist halt einfach, er ist total abgedreht, aber jetzt nicht, dass du befremdlich abgedreht. Es ist halt einfach meisterlich animiert. Mit einem absoluten… Die Geschichte ist toll, ist der Wahnsinn. Also, und ja, auch hier wieder Fanservice, weil du halt unglaublich tolle Szenen bekommst, die dich halt einfach mitreißen und auch die Figur halt auch von Peter Parker nochmal völlig neu auch erzählt und es ist halt einfach… Wahnsinn. Der Film ist eine coole Socke, also guckt ihn euch an, das ist wirklich toll. Unglaublich originellen Grafikstil, der echt sehr außergewöhnlich ist. Es hat jetzt nichts mit Pixar-Animationsstil zu tun. Nein, nein, das ist auch anders. Sehr abgefahren, coole Ideen drin, wirklich, wirklich coole Ideen, unglaublich kurzweilig, cool, actiongeladen. Es ist, ich finde es ist ein Meisterwerk. Also, The Spider-Verse ist ein Wahnsinnsfilm. Der haben wir jetzt gekauft, glaube ich. Ihr habt den gebt schon zu kaufen, also kauft ihn euch. Ja, ist statt unserer Serienempfehlung eine zum Thema passende Filmempfehlung. Ja. Falls ihr bislang daran vorbeigelaufen seid, guckt ihn euch an. Mhm. Das Ding ist eine Wucht. Ja, aber hallo. Genau. Ich habe jetzt hier noch geschaut, was wir halt vielleicht als nächstes im Kino schauen und ja, also vielleicht Aladin, vielleicht, der kommt Ende Mai und vielleicht auch John Wick 3. Mhm. Nein? Okay. Ja, wenn ich dann. Okay. Also John Wick 3 bin ich mittlerweile so abgestumpft, dass ich den. Aber ich würde den schon, also wenn er dann, ich würde den schon gerne sehen. Ja, aber im Kino. Im Kino, ja. Weil das Lustige war, im Vorfeld vom Avengers Endgame kam dann die Werbung für das Dreier, das Triple von John Wick und was halt wirklich, wenn man John Wick gesehen hat oder der die Filme kennt, also was mir halt bei Nacht, wenn ich diesen Film gesehen habe, wie es mir, also ich fühle mich so dumpf, weil halt dieser Film halt von Gewalt strotzt und danach bin ich, fühle ich mich so innerlich ein bisschen tot und wenn ich mir dann vorstelle, ich würde drei Filme hintereinander anschauen, ich glaube, dann kannst du mich beerdigen. Ja. Ja. Das ist wirklich. Total abgestumpft. Ja. Ja und ansonsten kommt Anfang Juni X-Men Dark Phoenix. Das war, ich finde den Dark Phoenix Trailer nicht besonders gut, muss ich dazu sagen, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema Trailer. Ich würde schon wieder ausholen. Das war der beste, also der beste, schlechteste Trailer in der ganzen Reihe von Trailer, die vor Avengers Endgame gezeigt wurden. Das war ein Schaulaufen, ein Gruselkabinett an schlechten Trailern. Das gibt es nicht, also das ist wirklich, also die schaffen es noch, dass ich halt, also normalerweise bin ich so ein typischer Kinogänger, man setzt sich rechtzeitig in den Saal, vielleicht ein paar Minuten vorher, dann fängt die Werbung halt an, ja Werbung ist nervig, ich weiß schon und dann guckt man sich die Trailer an. Wegen der Werbung gehe ich nicht ins Kino, ich gehe wegen den Trailern ins Kino, aber mittlerweile ist es auch schon so, dass ich diese Trailer halt schon mir nicht mehr zumuten möchte und halt wie alle anderen dann halt oder wie die meisten sich sagen, ich gucke das auch nicht mehr an, ich gehe halt in den Saal rein, wenn es schon dunkel ist und wenn alle halt schon sitzen. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Also deswegen hier auch, wenn da draußen irgendjemand ist, der was zu sagen hat und vielleicht das ein bisschen beeinflussen kann, hey gebt euch doch mal Mühe, weil das macht so langsam richtig aggro. Also die größte Frechheit, das war dann halt dieser Fast and Furious Presents, Hanks and Shaw oder wie die zwei Deppen heißen aus diesem. Hobbs and Shaw. Oh was, ja wurscht wie die heißen. Die können auch, keine Ahnung. Ja doch, diese. Wah, was soll der Scheiß? Also wirklich, das braucht doch keinen Mensch. Also man hat so, wenn man diese Trailer, nur beim Gucken der Trailer hat man so das Gefühl dümmer zu werden. Ja genau und auch Man in Black International, also wirklich der erste Man in Black, saugut. Der zweite, hm, ja. Der dritte hast du noch nicht gesehen, gell? Ich glaube den dritten, ja doch, oder? Haben wir den zusammen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Den fand ich ganz amüsant, aber der Trailer ist so scheiße. Der Trailer, auch hier wieder der Trailer ist super scheiße, weil hallo Chris Hemsworth und Tessa Thompson, auch hier wieder im Pack als Buddies zusammen, wie bei Thor 3. Ich meine, hallo, da kann man sich doch drauf freuen, aber nein, der Trailer. Der zweite ist besser. Der zweite, ja, aber auch nie. Aber das ist so, brauche ich das jetzt wieder im Kino? Also die schaffen es wirklich, die Trailer so zu machen, dass jeder sagt, dass kein Bock hast, ins Kino zu gehen. Und ich bin ein riesen Kinogänger, aber Kinas, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe jetzt. Ja, war erstmal echt eine Qual. Das war wirklich eine Qual. Bis es dann losging und da wurden wir ja zum Glück dann zigfach entschieden. Furchtbarer Trailer. Und ich weiß nicht, ob Will Smith die richtige Wahl war. Ich liebe ja Aladdin. Ich muss dazu sagen, ich bin ja prinzipiell kein Gegner dieser Neuinterpretation dieser Disney-Klassiker. Also ich finde die Idee cool, die fangen ja auch schön und das Biest schön, aber jetzt kommen hier zwei Trailer zu zwei Neuinterpretationen in einem, vor einem Film und du hast schon das Gefühl so, oh nee. Ja, 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 ich weiß schon. Aber wobei ich jetzt sagen muss, im Nachhinein, ich hatte es jetzt schon wieder vergessen, aber im Nachhinein war der beste Trailer immer noch der König der Löwen. Ja, aber das ist dann auch so, kenne ich, kenne ich, ui, das sieht aber jetzt schön aus, kenne ich. Ja, natürlich bringt es nichts Neues, weil du halt, aber das ist natürlich auch schön gemacht, das ist wie bei Dschungelbuch und ich meine, da muss ich dann auch wieder. Wir werden es definitiv gucken, aber vielleicht. Vielleicht nicht im Kino, ja, also, ja, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir uns einen Podcast über Politik überlegen, da haben wir vielleicht öfters was zu podcasten, aber Kinofilme, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also. Naja. Nun denn. Nun denn. Dann kommen wir zu einem Ende und geben das Wort an euch. Also wenn ihr gerade frisch aus Avengers Endgame kommt oder uns sonst irgendwie was zu sagen habt und Rückmeldungen geben möchtet, dann, ja, dürft ihr natürlich erstmal euren Freunden von uns erzählen, um unsere Reichweite zu erhöhen. Erhöhen, uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ja, da posten wir immer ganz viele Fotos. Momentan einfach so ein bisschen mehr von unserer zweiten Leidenschaft und unserem zweiten Hobby, nämlich Brettspiele. Aber hin und wieder auch mal Kino- und Filmcontent. Ihr könnt natürlich diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf iTunes oder Panoptikum.io bewerten, was auch unsere Sichtbarkeit erhöht. Uns via Flatter unterstützen. Ihr könnt über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspinne zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr wie immer in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Ciao. Wir haben wieder eine Rekordfolge aufgenommen. Nach eineinhalb Stunden. Guck. Ja, jetzt muss ich aufschauen. Wahrscheinlich muss nach dem Schneiden noch übrig bleiben. Ich hätte keinen Tee trinken dürfen. Na gut, dann macht's gut. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit Endgame. Wir hatten auch so viel Spaß, wie wir hatten. Und bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.